es zu einer Panzer neues Team neues Glück und die ist mein Freund mit dabei also das ist der Tiger oder Trakuhl oder die Hälfte heißt nicht nach Teil und ja er spielte ich auch ganz gerne und hier hat ein Jahr Premium im Offi und noch dementsprechend viel Gold über ich glaube er hat auf einem Schlag nach 100 Euro das war ausgegeben und spielte es zwar sowieso schon nicht mehr wirklich nur noch Testsurfer aber gut ja also wir spielen den 121 ja die DAS 121 keine Ahnung bisschen Kacknahme und natürlich treuen hier werden wir dazu ist klar ohne geht es nicht das ist sehr wichtiger Bestandteil bei uns immer fast schon na gut Tradition ist vielleicht noch nicht ganz aber aber auf alle Fälle ist es immer wichtig beziehungsweise nicht wichtig aber wir machen es halt einfach immer also ohne Trollen geht sowieso nix und hier bricht gerade ein Bad Schatillon durch ich glaube ich ahn schon was der will ich glaube man muss dafür auch kein Hellseher sein na gut Tiger hat das natürlich wieder aus dem Faden voll getroffen und ich weiß nicht aber die Arte da hinten ich glaube die geht noch down ja ist er doch immer relativ wahrscheinlich und ich weiß nicht ob man die den T92-Stats treffen kann also irgendwie wieder leichter Sibak und so in Loll äh in in VOT ok ok jetzt ist er weg aber trotzdem jetzt ist er da lol also es ist eigentlich unmöglich jetzt von da aus schon Panzer zu sehen also wie das ja komisch ups das war es nur noch ein Versehen hey man kann einfach durchschießen oder ja eben hm wo ist das ok ähm vorbei ganz kleines bisschen vorbei ich würde es gar nicht wundern lol ohne Schaden zu kriegen dann wird es bestimmt eine ähm ja reinziehen wollte ich gerade sagen und ich ziehe ich wieder voll vorbei und naja den kill lässt du mir jetzt zum Glück geil lol da habt ihr das jetzt nur ich gehört nie oder der hatte gerade gesagt gutshot also oder guter Schuss oder so lol guter Schuss ich rabe ich rabe jemand down und und der sagt ich habe gut geschossen wer schießt das da ach der scheiß ein Mix egal ich würde es dir die IS 4 oh oh ich hoffe ich muss nachladen scheiße weil Prozent hat ok jetzt muss ich nachladen ich bin gespannt ob wir sie jetzt gleich down kriegen so Tim deine Arbeit komm kill mach doch sonst hätte ich jetzt nicht gekillt ich bin ja ein bisschen verteilt haben wir schon die Kills ich weiß nicht ob ich jetzt noch immer nachladen muss oder ob er schon nachgeladen hat wenn er auf alle Fälle warten würde dann wäre es auf alle Fälle sinnvoll auch wenn es schon gewonnen ist aber trotzdem der AMX kann ihn trotzdem nach Köln ja das war es natürlich sehr schlau komplett alleine da als drauf gehen ok jetzt wurde es auch noch die letzte Köln ja ich konnte gar nichts machen ich war zu Hause weg und ich wusste nicht ob der noch äh ob der schon nachgeladen hat sonst wäre ich jetzt drauf gegangen und naja liebe er als ich das ist eigentlich so so klar so also so zum Fazit der 121 ist eigentlich so ein bisschen Medium und ja relativ genau durchschnitt so ja ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal 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 Vielen Dank.